Willkommen in den Bereich! Den Himmel beob... Das Gas kommt in Menehe! Verstanden! Phoenix 2.3 ist bereit. Angriff erfolgt. Keine Treffer. Drohne hat keinen Treibstoff mehr. Sie kehrt zur Basis zurück. Schussverkauf aktiv. Weiter, der Vorratstation ist gesenkt. Feinde kommen in den Bereich. Den Himmel beobachten. Wiederauferstehung endet bald. Jetzt kommt's drauf an. Der Richter ist aktiv. Schussverkauf beendet. Preise angepasst. Untertitelung des ZDF. Fremdlicher Börserschlag bei eurer Position. Bestätigt. Börserschlag ist auf dem Weg. Kein Effekt beim Ziel. Die Mission zu Ende bringen. Feinde ausschalten. Alle feindlichen Tropfen eliminiert. Das war echt gut. Gut gemacht. Aber es kommen weitere Bedrohungen. Macht euch raus da. Bis zum nächsten Mal.